Unichem ist ein europäisches Unternehmen, das eine breite Palette an effektiven Produkten zur Bekämpfung von Ratten und Mäusen entwickelt, produziert, registriert und verkauft. Das Unternehmen hat eine lange Tradition und stellt schon seit geraumer Zeit verschiedene Formen von Fraßködern unter der Bezeichnung Rattimor und auch verschiedene Insektizide unter der Bezeichnung Effekt her. Unichem ist auf vielen Märkten in der Welt präsent. Eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung. In dieser Abteilung sind viele erfolgreiche Produkte entstanden und wurden weltweit vermarktet. Wir sind stolz auf die vollständige Übereinstimmung unserer Fraßköder mit der Europäischen Verordnung über Biozidprodukte 528-2012. Alle Fraßköder sind nach den neuesten Richtlinien für Labortests auf ihre Eignung geprüft. Mit dem Ziel, unseren Kunden die bestmögliche Wirkung für die Bekämpfung anzubieten, stehen folgende Ratimor-Produkte in unserem Sortiment zur Verfügung. Vier verschiedene Köderformen. Drei aktive Wirkstoffe. Monitoringköder ohne aktiven Wirkstoff. Ratimor Pastenköder ist eine sehr geschmackvolle Köder-Mischung. Anwendungsfertig und zu mehr als 50% attraktiver als alternatives Futter oder Nahrung in der Umwelt. Sorgfältig ausgewählte Zutaten gewährleisten die Annahme des Köders und sorgen zugleich für eine langanhaltende Qualität. Ratimor Pastenköder ist effektiv gegen alle Schadnager. Wir empfehlen den Köder besonders für die Fälle, in denen natürliche Futterquellen zugänglich sind. Ratimor Köderblöcke sind gebrauchsfertige Köder mit vielen Kanten, die den Nagetieren ein leichtes Anknabbern ermöglichen. Sie enthalten Konservierungsmittel, die ein Schimmeln der Köder sowie den Befall durch Bakterien und Pilze verhindern. Ihre Wirkung ist ausgezeichnet, auch wenn sie in feuchten Räumen wie zum Beispiel in der Kanalisation verwendet werden oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Ratimor Köderblöcke eignen sich zur Bekämpfung von Ratten und Mäusen. Das Loch in der Mitte der Blöcke ermöglicht die sichere Befestigung in einer Köderstation oder mit Hilfe eines speziellen Drahtes in Kanalisationssystemen. Ratimor Pellets sind gepresste Krümel aus Cerealien. Die Wirkung des gebrauchsfertigen Köders wird durch die Zugabe von schmackhaften Zutaten noch erhöht. Ratimor Pellets können gegen alle Schadnager wirkungsvoll verwendet werden, sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich, solange sie gegen Feuchtigkeit geschützt sind. Ratimor Getreideköder wird aus Vollkornweizen hergestellt und kann überall eingesetzt werden, wo keine Feuchtigkeit herrscht. Ratimor Getreidekörner sind einfach in der Verwendung und stehen entweder als loser Köder oder in Portionsbeuteln zur Verfügung. Um die Sicherheit von Kindern und Haustieren zu gewährleisten, ist in jedem Köder die Substanz Bittrex zugeführt, die bei Menschen einen bitteren Geschmack hervorruft. Mit Ratimor Produkten können Sie sämtliche Schadnager erfolgreich und problemlos bekämpfen. Neben den starken Fraßködern ist Unichem auch für die Herstellung von Insektiziden der Marke Effekt bekannt. Unichem – alles für die Schadnagerbekämpfung